Musik Bei uns geht es in eine neue Runde unseres Kulturpunktes, der auch dieses Mal wieder spannende Tipps für Sie parat hat und damit herzlich willkommen. Das Viertelfestival Niederösterreich legt auch in Amstetten einen Tourstopp ein. Am 14. Mai um 9 Uhr wird die Ausstellung Fliehkraft im Café zum Kuckuck eröffnet. Die Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler, Bilder, Objekte und interaktive Installationen laden ein zu einer abwechslungsreichen Entdeckungsreise durch das gesamte Lokal und den idyllischen Garten. So etwa beginnt die Reise mit Wandmalereien von Hugh Coop's Kangang in eine förmlich in das Innere der Ausstellung zieht, wo unter anderem Installationen von Helmut Kübelböck warten. Dekla Wagner widmet sich mit ihrer Band The Free Will In, den Songs des Volkpoeten Pop Dillon sowie der Broadway-Legende George George Wynn. Die ausdrucksvolle Stimme der Sängerin wird dabei durch eine atmosphärisch starke Mischung aus Jazz, Blues, Volk und Country unterstützt. Die Improvisationsfreude und Sensibilität der beteiligten Musiker tun ihr Übriges für ein spannendes Konzerterlebnis. Eine innovative und respektvolle Hommage an zwei große Künstler am 20. Mai ab 20 Uhr im Rahmen der Kultur am Influss im Rothschildschloss in Weidhofen an der Ips. Unter dem Titel Gospel Goes Bob spielen die Chöre d'Achor und den Kameleons ein Konzert in Kolomanisal, initiiert vom Lions-Club Böchlern Melk. Der Stift Melk wird von den modernen Chorklingen am 28. Mai ab 19.30 Uhr erfüllt. Der reine Erlös kommt karitativen Zwecken zugute. Eine Stadt ohne Licht undenkbar und dennoch, wie viele Straßen, Gassen oder ganze Siedlungen sind gar nicht oder schlecht beleuchtet. Zwei kleine Gassen der Böchlern Innenstadt verbinden den neuen Kirchplatz mit der Donaulände und laden ein, noch bis 7. August das Licht als Begleiter zu erleben. Start der Lichtinstallationen, die Christian und Susanne Falk, die im Rahmen des Viertelfestivals entstehen haben lassen, ist täglich ab Sonnenuntergang. Wir begleiten Sie nun weiter zu unserem nächsten Programmpunkt in unserer Sendung, zu dem ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.